Hi Starmustänzer! Euch ist bestimmt im Moment auch mega langweilig zu Hause. Deshalb haben wir für euch jetzt das Videoprojekt vorbereitet. Ihr schickt uns ein Video von euch, wie ihr zu Bored in the House tanzt. Wir haben für euch 8 Achter vorbereitet, die ihr uns nachtanzen könnt. Wir zeigen euch jetzt, wie das geht. Wir starten mit unserem rechten Fuß und wollen als erstes einen Seitenschritt tanzen und unsere Arme ziehen locker mit nach oben. Wir haben 1, 2, 3, 4. Dann tanzen wir haben eine Box. Box, 2, 3, 4. Als nächstes wollen wir eine Körperwelle tanzen nach rechts. Welle, Box, auf den Oberschenkel, Ferse dreht. Da dürft ihr auch gerne eure Pumpelle zack zack. Wir wollen unseren rechten Fuß heranschließen, die Arme ziehen nach hinten. Ziehen, boxen, ziehen, boxen. 1, 2 nach rechts, 1, 2 nach links. Jetzt haben wir einen Faustet. Rechts nach vorne, links nach vorne, boxen und lang. Und es ist besonders langweilig. Das heißt, wir wollen einen Bildschirm machen und gemeinsam gehen. Als nächstes boxen wir nach vorne. 1, 2, 3, 4. Die Ferse gehen nach oben, zack und wieder runter und wir nicken. Das Ganze jetzt mit den Zahlen. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Box, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Box, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt mit Musik. Viel Spaß beim Mittanzen, Videos schicken und gemeinsam zusammen tanzen. Bis bald. Tschüss.